Teil 3 eBay SEO Tool Baygraph. Heute geht es um die Preisfindung. Letzte Woche hatte ich mit dem Michael ja schon thematisiert, dass nicht immer nur der Billigste oben steht, sondern dass man hier wirklich ein ausgewogenes Preisproduktverhältnis, sage ich mal, an den Tag legen muss, damit man auch bei eBay vorne rankt. Und genau dafür kann man auch Perfekt Baygraph einsetzen. Da gibt es eine eigene Funktion für. Michael stellt uns die jetzt gleich vor. Los geht's! So, herzlich willkommen Michael. Ich grüße dich. Moin, moin. Ja, moin, moin. Ja, prima, dass du wieder Zeit gefunden hast. Wir sind ja schon mittlerweile bei Teil 3 von 60 Teilen. Ja, also wir haben schon 5% hinter uns. Perfekt, ich freue mich. Also heute geht es tatsächlich um die Preisfindung. Du hattest letzte Woche ja schon angedeutet, dass nicht immer nur der billige Jakob oben steht bei eBay, sondern die Cassini hat da doch ein bisschen mehr drauf. Ja, genau. Also es geht quasi darum, dass es den sogenannten Mediatenpreis gibt. Ich will das mal eben kurz erklären. Der Median ist also nicht der mittlere Preis, sondern der Median wird ermittelt, indem man, sage ich jetzt mal, die Preise der Top 100 Artikel sortiert, die die Größen, sortiert die Preise der Größen ab und nimmt quasi den mittelsten Preis. Wenn man, wenn es keine Medi gibt, also wenn es zwei in der Medi gibt, dann nimmt man von diesen zwei in dem Medi. So ermittelt sich der Median. Im Vergleich zum Mittelwert ist der Median nicht so störungsanfällig. Das heißt, dadurch, dass man den der Größe nach sortiert und genau den Wert in der Mitte nimmt, fallen also ungewöhnlich große Abweichungen nicht so ins Gewicht. Okay, alles klar. Gut, perfekt. Also das heißt, das war jetzt eine schwere Geburt, ja. Also das ist schwierig zu verstehen, weil wir alle irgendwie mit Durchschnitt rechnen können und mit Mittelwerten. Und der Median funktioniert auch deutlich anders. Also wer es ganz genau wissen will, der darf mal Google bemühen. Bei Wikipedia gibt es da sicherlich noch. Das ist bei Wikipedia super erklärt. Genau, dann vielleicht nochmal bei Wikipedia reinschauen. Aber der Median ist halt für Ebay die Messlatte für die, ja ich sag mal, für die perfekte Preisfindung eigentlich. Genau. Okay. Und jetzt habe ich ja vorhin schon angekündigt, dass es bei Baygraph ja ein Mediantool gibt. Das heißt, dort kann ich mir anzeigen lassen, was für mein Produkt der richtige Preis ist. Genau. Aber woher weiß denn Ebay, was für ein Produkt ich habe? Ist ja eine Maschine. Ja, man muss das Produkt natürlich eingrenzen. Also entweder wir haben bei unserem Mediantool zwei Möglichkeiten. Einmal die Eingrenzung über das Keyword und einmal die Eingrenzung über die ERN. Wobei natürlich die ERN, wenn ich Retailware verkaufe, eine sehr gute Möglichkeit ist, das Produkt einzugrenzen. In der Regel sollte dann halt wirklich der Preis gefunden werden von halt nur dem gleichen Produkt. Also ich würde sagen, du zeigst es einfach am praktischen Beispiel. Gucken wir in Baygraph rein und gucken, wie wir den richtigen Preis finden. Genau. Ich schalte einmal den Bildschirm um. Bin da schon im Mediantool drin. Habe ich auf der linken Seite. Nennt sich Mediantool. Und kann da, wie gesagt, sowohl über das Keyword als auch über die ERN mir versuchen, da einen Medianpreis auszufinden. Wenn ich über das Keyword gehe, dann sollte man versuchen, das so nah wie möglich einzugrenzen. Weil die ganze Logik, die dahinter steckt, ist ja, dass wir nach dem Keyword suchen bei Ebay und dann versuchen aus dem Top 100 den Median auszurechnen. Und wenn ich da jetzt meinetwegen mit dem Keyword iPhone reingehe, wird uns das nicht wie bringen, weil dann natürlich die iPhones und die iPhone-Hüllen herangezogen werden. Genau. Ganz genau. Also da müsste man sich spitz aufstellen und gucken, okay, was für ein Produkt habe ich eigentlich und das möglichst genau benennen. Ja. Ich zeige das mal an einem Beispiel hier. Zum Beispiel Gardinenröllchen. Das heißt, ich habe dann hier eine Grafik, die das Ganze auswertet und habe da die Price Range zum Thema Gardinenröllchen. Wie gesagt, dann habe ich hier wieder ein Thema, wo das ganz gut hinkommt, was ich sagte, mit dem Eingrenzen. Die einen verkaufen 50er Pack Gardinenröllchen, die anderen haben 100er Packs, die anderen haben 200er Packs. Dann kann man zum Beispiel versuchen, das noch ein bisschen mehr einzugrenzen. Und habe da jetzt versuche, den Preis auf 100er Gardinenröllchen zu gehen und habe dann hier herausgefunden, einen Medianpreis von 5,93 Euro. Der Medianpreis ist da in der Linie dargestellt, dass die Balken sind quasi die Preise der Wettbewerber, ohne auf die einzelnen Artikel oder Artikelnummern einzugehen, sondern einfach nur in loser Abfolge. Ich kann, so wie ich das letzte Woche bei dem Graphen schon erklärt habe, kann man bei uns Daten ausblenden. Das heißt, ich kann jetzt den Preis ausblenden und sehe da zum Beispiel, wer verlangt, wie viel Versandkosten. Versandkosten. Genau. Wir fangen hier bei 0 an. Das heißt, der Top 3 hat Versandkosten von 1,45. Da ist einer, der hat Versandkosten von 4,99 und so weiter und so weiter. Ich kann das natürlich auch nur auf den Artikelpreis beziehen. Also, wenn man da Informationen braucht, auch wie sind meine Wettbewerber versandkostentechnisch aufgestellt, weil auch der Versandkosten-Median spielt eine Rolle. Wenn ich Versandkosten verlange, sollte ich im Median der Wettbewerber bleiben. Also, es bringt mir, ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel Express-Versand. Es bringt mir keinen Ranking-Schub, wenn ich sage, ich biete Express-Versand an und verlange dann dafür 99 Euro, wenn der Wettbewerb 14,99 verlangt. Nur um das mal ein bisschen extrem auszudrücken. Also, man sollte, ich sage, es hat niemand was dagegen, wenn ich Express-Versand anbiete. Nur sollte ich im Preis des Express-Versandes mich am Wettbewerb orientieren. Wenn ich das nicht kann, dann muss man überlegen, macht das Sinn, auch das ist wieder ein Faktor, den man messen kann. Macht das Sinn, Express-Versand anzubieten oder lasse ich es lieber weg? Ja, genau. Also, beim Artikel der 4,99 kostet Express anzubieten, der 7,99 kostet, wird wahrscheinlich eher kontraktiv sein. Man weiß es nicht jetzt. Das würde ich gar nicht in Abrede stellen, ohne das mal auszuprobieren zu haben. Weil auch eBay weiß, was ein Express-Versand kostet in Deutschland. Und wenn ich den Service anbiete, jemanden, der gerade am Gardinen nähend ist, dem per Express 100 Gardinenröhrchen zu liefern, vielleicht spielt eBay das nach vorne, wenn jemand 100 Gardinenröhrchen sucht. Okay, ja, verstehe ich. Verstehe ich sehr gut. Ich habe auch mal gehört, dass eine zweite Versandmethode, die man anbietet, sehr wohl ein Soft-Ranking-Faktor sein kann. Definitiv, definitiv. Also alles, was kundenfreundlich ist, wie gesagt, ich muss ja den Express-Versand nicht kostenlos anbieten. Es geht ja, wichtig ist, dass man möglichst eine Versandart hat, die kostenlos ist. Bei diesen kleinpreisigen Artikeln ist das halt natürlich eine Kalkulationsfrage. Kann ich mit 4,99 Artikeln kostenlosen Versand anbieten? Was ist mit den Kunden, die 200 Gardinenröhrchen brauchen? Die zahlen ja dann zweimal Versand, theoretisch. Das heißt, dann ist das schon wieder ein Punkt, über Varianten nachzudenken, etc. Aber wenn man die Möglichkeit hat, den Express-Versand anzubieten, nehmen wir mal an, ich habe eine Postfiliale in der Nähe, da kann ich ganz normale Express-Sendung einliefern, auch ohne, dass ich einen Vertrag habe mit der DHL. Dann lohnt sich das immer, von Standardpreis, quasi nicht 15 Euro oder so, einen Express-Versand anzubieten. Zumindest das mal auszuprobieren. Gut. Aber grundsätzlich ist das hier eine ziemlich gute Methode, um zu schauen, okay, was ist der Durchschnittspreis oder der Medianpreis in diesem Falle für eBay? Und vor allen Dingen auch bei meiner eigenen Preiskalkulation kann ich da ja einsteigen und sagen, ja, ich kann eben mit den Median, kann ich tatsächlich sinnvoll hier auch bei eBay mitrocken und eigentlich eine Auktion einstellen. Genau, genau. Und halt eventuell sogar im Preis nach oben gehen, wenn ich zu weit unten bin. Auch das kann man mal probieren. Genau, weil wir gesagt haben, wenn du zu weit weg vom Median bist, bei deinem Produkt, kann es natürlich schon sein, dass sich das negativ auf dein Ranking auswirkt. Genau. Okay. Also möglicherweise bietet ihr es zu billig an und verliert deshalb die Rankings, anstatt das, was man normalerweise vermuten würde, nur die, die zu teuer anbieten. Genau. Ich kann dann, da oben, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, das Ganze über das Keyword einzuschränken. Ich kann über die ERN suchen und ich kann die Verkäufe der Wettbewerbe auswerten. Muss ich dazu sagen, man sollte da mit der Option ein bisschen vorsichtig sein, weil da sehr viel Daten abgefragt werden. Also wenn ich jetzt, sag ich jetzt mal, wenn ich das jetzt bei Handyhöhen machen würde, also die Anzahl der Verkäufe der Handyhöhen der Top 100 hier auszuwerten, dann müssen wir das Video erst mal um 10 Minuten verlängern, weil die Abfrage so lange dauert. Jawohl. Genau. Deswegen haben wir hier die Möglichkeit gegeben, die Anzahl der Tage dieser Abfrage zu beschränken. Ich nehme mal als Beispiel ein Keyword, wo die Verkäufe nicht so hoch sind. Eine Festplatte, standardmäßig wählt er 10 Tage aus. Mal gucken, ob da überhaupt Verkäufe drin waren. So, kann ich jetzt mal die Preise und die Versandkosten ausnehmen und sehe da, in den letzten 10 Tagen, der, der an Position 3 steht, hat 13 Stück verkauft. Ich mese die Preise. Ja, es ist Position 3. Ja, es ist für eine WD-Rate-Sex-Gigewalt schon sehr, sehr niedriger Preis. Also da ist schon ein bisschen, da muss man sich dann mal im Detail angucken, ob das nicht, ob das nicht Auktionen sind, die da jetzt momentan vorne stehen. Mhm, jawohl. Weil 120 Euro, man sieht es auch an den Medien, als kann ich was, eine WD-Rate-Sex-Terra habe ich gerade nicht im Kopf, so den Marktpreis, aber ich denke, dass sich das der hier da um die 220 Euro anzusiedeln ist. Man sieht mit 400, das sind einige, die da extrem hoch im Preis liegen, eventuell, weil sie out of stock sind. Oder dass wir wirklich mit dem Keyword, was jetzt als gutes Beispiel ist, in ein anderes Produkt reingehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da oben, dass das NAS-Systeme sind, die eben diese Festplatte eingebaut haben, wo das dann im Titel drin steht. Ja, macht Sinn. Also, wenn man die Möglichkeit hat, über Retail-Ware zu gehen, kann man das direkt mal, Moment. Wenn man die Möglichkeit hat, über Retail-Ware zu gehen, dann sollte man versuchen, entweder man hat die ER in, oder versucht sie rauszukriegen. mal eben beim Wettbewerb schauen, ob der in seinen Daten, da ist die ERN-Nummer. Wir sehen auch da 188, wo sich der Preis bewegen sollte. Und dann versucht er mal über die ERN zu gehen. Ja, und dann sieht man natürlich ein deutlich homogeneres Bilden. Ja, richtig. Und da liegen wir beim Medien auch bei 100, 214, wenn ich das richtig sehe, was bei dem, was jetzt für den 188 deutlich besser passt, als die 400 und ein paar Zerquetschen, die wir brauchen. Ja, ja. Wisst ihr, aber das zeigt das auch wieder ganz deutlich. Wir suchen direkt nach dem Keyword. Wie gesagt, ich vermute stark, dass wir da Festplatten, Gehäuse dabei gehabt haben, wo dann sogar 2, 3, 4, 8 Festplatten drin sind. Und dann kommen natürlich so Preise wie 3000 Euro zustande. Ja, ja. Auch wenn du sowas eingibst wie 256 SSD-Festplatte, dann kostet die Festplatte, keine Ahnung, mittlerweile 150 Euro. Aber du findest natürlich auch alle Laptops, wo 256 SSD eingebaut ist und der Media wird wahrscheinlich exorbitant hoch sein und nicht der Realität entsprechen. Genau, genau. Also wie gesagt, aber hier ist das schon ein sehr schönes Ergebnis. Und dann sieht man auch, dass die, ich sage, er zeigt jetzt hier nur 27 Artikel an, weil er halt nur 27 Mal die ERN gefunden hat. Und man sieht auch, dass die ersten, ich sage, die Top 10, die Top 15 sehr nahe Median sind. Und was dann weiter hinten renkt, schon ein bisschen teurer ist. Aber du hast hier auch 209, 202, 198, nicht der billigste steht oben. Da haben wir den gleichen wieder, der ist wieder auf Platz 3 mit 13 verkauften Stück. Da haben wir jeweils, jeweils zwei verkauft, wie gesagt, die letzten zehn Tage. und da siehst du auch, wer Versankkosten verlangt. Wieder hinter Platzierung. Also das sind alles Sachen, die kann man so ein bisschen, ein bisschen ableiten, ein bisschen rumspielen, ein bisschen selber probieren, das Ranking beobachten und dann kann man da schon für den Preis auch seine Rückschlüsse ziehen. Ja, sehr cool. Also das war jetzt ein echtes Learning. Also der Median, nicht der Durchschnittspreis. Und was ich heute nochmal außerdem gelernt habe, ist, dass Versandkosten nicht unbedingt produktiv sind fürs Ranking, wenn alle anderen ohne Versandkosten anbieten. Gut, Learning für heute. Sehr schön. Gut, alles klar, das war's. Teil 3. Vielen Dank, Michael. Wenn euch diese Serie gefällt, haupt das ruhig mal in die Kommentare rein, ob wir weitermachen sollen. Gerne auch Fragen, wenn welche auftauchen. Fragen, der Michael und ich, wir versuchen, die so schnell es geht zu beantworten. Abo-Button drücken, Glocke drücken, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video online geht. Genau. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, Michael. Vielen Dank soweit. Alles klar, angenehme Woche für dich. Die auch. Tschüss. 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 market